Der neue Ecotec Plus. Das Gasbrennwertgerät der neuesten Generation von Weiland zeichnet sich aus durch beste Verbrennungsqualität und höchste Effizienz. Möglich macht dies die serienmäßige Ioni Detect-Technologie. Durch eine permanente Flammenanalyse passen die Geräte ihre Verbrennung automatisch an unterschiedliche Gasarten und Gasqualitäten an. Ob mit einer Beimischung von Wasserstoff, mit H-, L- oder mit Bioerdgas, mit Ioni Detect arbeiten die Geräte noch sparsamer. Daneben ermöglicht das Internetmodul Sensonet mit einer komfortablen Plug-and-Play-Installation eine intelligente Internetanbindung. Mit einer kostenlosen App lässt sich die Heizung von überall bequem über das Smartphone steuern. Anpassungsfähigkeit, Zukunftssicherheit und sparsamer Verbrauch. Das ist der neue Weiland Ecotec Plus.